hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mycraft im zwergreich ja was haben wir letzte woche gemacht wir haben uns todesmutig durch die lava gekämpft und das haben wir drei diamanten muss ich gerade hingucken drei diamanten haben wir das heißt auf jeden fall haben wir eine diamant spitzhacke leute das heißt wir werden viel besser und viel schneller arbeiten können es werden wollte wollte ich hier nochmal gucken da ist kohle nur aufpassen dass wir nirgendwo hingetrieben werden wo wir sterben hier haben wir noch mal reisen das nehmen wir auf jeden fall auch noch mit sehr schön aber noch mal zweimal reisen hier noch mal redstone nehmen wir auf jeden fall auch mit hier ist noch mal reisen wir sechs mal reisen sind auch schon mal wieder zwei spitzhacken sehr schön leute ich muss euch sagen spitzhacken brauchen wir jede menge aber heute die waldfee hier geht es weiter wird es doch noch was dann gehen wir hier mal weiter kohle lassen jetzt erstmal außen vor hier ist ende der höhle ok dann gehen wir mal wieder zurück hier waren wir ja ja ach muss dieses wasser hier einmal zu machen das wasser das ist eine höhle da könnte auch eine kleine höhle wieder sein aber da wollen wir jetzt nicht reingehen das machen wir jetzt erstmal probieren wir dahin hier mal hier wieder lang so hier hoch aufpassen dass wir nicht in der lava fallen redstone den nehmen auf jeden fall noch mit ich hoffe dass wir ins zwergenreich zurückfinden leute noch jede menge noch mal redstone so hier ist auch noch mal kalt auch noch mal war ich würde sagen wenn sie noch ein viertel hat unsere spitzhacken dann graben wir uns hoch so licht ins dunkel hier ist ende jetzt hier weiter hier ist auch in der ok von da kommen wir hier haben wir noch nicht geguckt redstone immer mit auch schön viel acht stück sehr schön für das was wir hier sind eigentlich sind wir für diamanten hier haben wir auch drei gefunden auch sehr schön dann können wir uns eine schöne spitzhacken raus machen so das party alles unseres da werden wir erstmal hier richtig schön viel haben da brauchen wir auf jeden fall hier sind wir jetzt durch die dritte oder vierte folge schon hier drin erstmal nichts machen so zack jawoll und schon wieder gold ich weiß gar nicht was wir mit dem ganzen gold anstellen sondern leute kannst ja mal schreiben wo wir nehmen das dann für die goldkammer für die schatzkammer der zwerge und noch mehr sehr schön so zack da ist noch ein block so noch was nein es geht schon wieder weiter runter leute redstone oh eine hier in der mitte gut oh halt dich senkrecht so zack nehmen wir alles weg hier meins und nochmal acht noch besser zack alles einsammeln hier war nochmal redstone so und dann gucken wir gleich mal wo es hier weiter geht aber wir müssen gleich hoch leute sonst nicht dass wir uns nicht mehr hoch graben können ey das wäre echt doof viel platz haben wir denn noch im inventar ja ein bisschen platz haben wir noch da ist auch noch mal na leute ich will hier gar nicht raus aber wir müssen hier langsamer raus ich weiß auch gar nicht mehr den rückweg den saphir holen wir uns nochmal ähh oh gold sogar ähh wie machen wir das denn am besten zack 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 setzen wir mal eine fackel und jetzt graben wir uns einfach mal hoch dabei finden wir noch eine schöne goldader das ist sehr schön wo ist denn unsere leiter diamanten sicherheit bringt das in sicherheit bringen sehr schön zack 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 okay hier sind blümchen wo sind hier blümchen löwenzahn hat er jetzt schon wieder so viel wir probieren uns hier auszugrauben dann wissen wir wo wir noch nicht waren das sind für ein geräusch zack 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 so ok ok jetzt wasser das wasser jetzt weiß ich auch nicht ob wir so lange hoch tauchen können wir gucken einfach mal und ab ins wasser super jetzt sind wir in einer wasserhöhle wir müssen noch weiter hoch leute aber hier ist hier licht von uns hier ist kein licht von uns ich weiß immer noch nicht wo ich bin kann man hier kommt irgendwo das wasser her müssen wir das so machen zack 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 nein fließt das nicht ab hier mist wir haben uns jetzt hier einfach mal weiter hoch auf der hoffnung dass wir das mal hier alles wieder finden irgendwann mal ok ok oh mist leute so ja und es müsste reichen was wir haben ok schäfchen wir machen das jetzt so zack 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 so ein bisschen unnatürlich aber zack zack ok das sind die berge wenn wir jetzt j drücken hier ist wow leute hier ist unsere baut unsere baut ihr wisst was ich meine hier sind wir hier ist ungefähr der einstieg ok und da sind wir also müssen jetzt erstmal zum wasser hin wir machen mal das noch mal ein bisschen höher dass wir das irgendwann mal wieder finden wir müssen in die richtung ich glaube hier sind wir schon mal rausgekommen wir müssen über den berg kommen hier schaufel haben wir noch so leute jetzt werden wir erstmal zu unserer basis zurückkehren da hinten ist die fackel ok sieht man auf jeden fall so j wo müssen wir denn wo sind wir denn da schon laufen wir mal muss eigentlich die richtung sein doch hier sind wir glaube ich schon mal rausgekommen oder ist hier irgendwo ein loch ich glaube hier sind wir doch schon mal in einer folge rausgekommen ja hier sind wir das ist ja wirklich gar nicht so weit weg leute rein theoretisch müssten wir mal an den anbau einfach über den fluss gehen dann sind wir schon da perfekt so können wir auch schnell hier durchlaufen guten tag da sind wir wieder so zack alles weg bringen und dann brauchen wir uns gleich mal eine schöne eine sehr sehr schöne diamant spitze leute erst mal zack so so safe sind wir so jetzt können wir erstmal hier wie viel haben wir denn zack erstmal kurz gucken sechs ja nicht ganz sechs ok zack rein zack rein auch gleich die hälfte rein hier kann die andere hälfte rein kann er gleich losbrennen zack und 21 und nochmal da haben wir erstmal jede menge zack und nochmal das schmeißen wir da rein da kommt das gold können wir auch schon rein schmeißen können wir auch gleich verkokeln da können wir das rein schmeißen und da komm dann schmeißen wir das ganze rein auch sehr schön so diamanten äh redstone tun wir hier rein zack da haben wir wie viel 5 stack fast 300 das ist sehr schön so leute und jetzt zack zack eine diamant spitze zack wow sehr schön jetzt können wir ich brauche erde jede menge die verbauen wir wieder die nehmen wir gleich mal mit das kann rein bruchstein kann rein das kann rein das kann rein er denn immer mit das kann rein das nehmen wir einmal fackeln nehmen wir mit so moment moment das kann auch da rein dann haben wir schon gleich alles vorbereitet für die nächste folge das nehmen wir mit das nehmen wir mit das nehmen wir mit wir hatten doch die nehmen wir auch mit ja das reicht erstmal das können wir auch mal zur noten mitnehmen ja so leute ich würde sagen oh schon aus ah ich habe nichts reingetan ne ok ich würde sagen wir spielen in der nächsten folge weiter mit unserer neuen moment ta 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 die jemand spitzhacke ich freue mich dass ihr zugeschaut habt wenn es euch gefallen hat schaltet wieder nächste woche ein zu einer weiteren let's play folge in mycraft lasst mir kommentare darauf feedback wenn ihr es wollt oder auch ein abo wenn es euch gefällt oder ein like ich danke euch fürs zuschauen auf wiedersehen und tschüss